Die Autos sind ja schon mal ganz ohne hier. Da kann man schon sagen. Wenn wir nach den Autos gehen, dann sind wir so ein bisschen vorne mit bei. Da muss ich schon ganz ohne sagen. Dennis Diemeier, ja. So, ich bleibe hier stehen, Diemeier. So ist es. 300 PS hier. 500 PS. So ist es. Nein. Pass auf, der fehlt mal ein Rad kaputt. Der fehlt mal ein Rad kaputt. Schmerzes Geld, Peter. Dennis macht das schon hier. Bester Mann. Dennis macht das. Bester Mann. Dennis, jetzt werden wir es hier sehen. Aufblick. Peter, alles klar. Da musst du ja klasse Zweifel haben für das Ding hier. War nichts im Sonntag, ne? War knapp, ne? Was scheiße war das? Er fand ich knapp. Peter, was filmst du eigentlich? Vielleicht war der nicht aufgegangen. So ne Autos und so ne netten Leute film ich gerne. Weißt du das? Und gute Fußballer. Das ist für mich die. Gut Peter. Alles Tobi. Ich wünsch' dich, man. Ja, sehen wir.